Der Fünf-Sekunden-Witz Heute mit Der Ahorn-Ente Wack, 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 wack Anfang 2011 kam ein Film mit diesen Schauspielern in der Hauptrolle in die Kinos. Es war ein Superhelden-Film, allerdings nur ein kleiner Erfolg, was aber sicher nicht am Titel lag. Und der war... The Green Ahorn-Ente Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Der Fünf-Sekunden-Witz Euer TG vom Kanal Tu ich gespielt